Raxeo spielt die Sims 4 und baut halt gerade mal nur rum und guckt drum was so geht aber es soll ja auch schön sein in welchen Inseln waren das schon mit Griff und so war diese hier aber jetzt war das 7a oder in Insel 5b aber ich glaube ich hab die 7a genommen gell aufgrund der Farbe Beide sind hier noch Beide sind hier noch Beide sind hier noch Das ist halt arg eng da gell Alles was sich eh noch ändern wenn da mal ein Esszimmer tisch reinkommt und sowas Was fällt jetzt hier noch? Also diese Tür führen im allgemeinen So Ne ne das ist nicht so Produkturieus riesig Das ist nicht so Das ist die Mille Schiebetür Ne wo Oh Mille Schiebetür Aber die wollten wir auch nicht Tatscha Schiebetür Und die Moderne Holzbücher Ne Ja Kommerziell Drehtbücher Das war jetzt diese Tür Ich finde die nicht überflüssig ich finde die schön Du hast sicher schon einmal die Redensart das überflüssiger ist eine sehr notwendige Sache Gehört oder Wenn man also sowieso schon viel hat braucht man dann wirklich noch mehr Du hast schon viele Türen Brauchst du dann noch eine Winter ist raus Naja ich brauche die Tür schon Aber Nix aber Nix aber Nix aber Ökologischer Fußabdruck Ökologischer Fußabdruck Umwelteinfluss Gut Kostensenkendes Objekt Besser geht es eigentlich nicht ja Türen lässt man eigentlich nach Nein das ist ja Das ist natürlich So eigentlich Nix Muss man eigentlich umdrehen weil Und hier muss es aber nach außen gehen Das stimmt Hier ist die Farbe ein bisschen schlecht oder Hier wäre eine hellere Farbe besser Ganz hell Eigentlich schon gell Weißt du in die Dinger Die hat sich in die Dinger gehört Sieht zwar ein bisschen langweilig aus aber Jetzt will ich da auf einmal einen Farbklecks da drin haben Im öffentlichen Gebäude öffnen sich die Türen immer nach außen Soll Panik und so vermeiden Naja Dann machen wir das auch mal so Ich hoffe nicht dass wir hier abwackeln Aber falls das ist Die Innerseite von dieser Venture ist ja eigentlich auch Dunkel Dann könnte man die Tür vielleicht doch auch ein bisschen dunkler machen Ich schaue gerade nochmal was es mit Farben hat bei dieser Erst nochmal dieses Venture Also erstmal eins noch von denen hier Dann müssen wir das andere tun oder Das ist das hier Ach, dahinten wir mal eine mehr Das heißt wenn wir es so rum jetzt betrachtet Wenn es nicht fällt dann ist es immer ganz so dunkel ja von ihnen ist halt schon sehr fahrt die wende aber die gleiche wand die ich vorhin hatte nehmen wir in diesem wohnzimmer auch mit dem stein ihre steine ich finde es ja immer noch fantastisch aber unglaublich gleich bei dieser fahrt er hat schon was aber passt halt hier nicht rein vor allem wenn man noch die dinge an die wand hängt wenn man noch bilder an die wand hängen möchte von angela draußen müssen draußen auch die wand noch machen hier nicht jeder auch nicht wollte ich auch nicht noch einmal verkleidung schlecht ist die verkleidung nicht das ist eigentlich eine Wiese zum Beispiel das ist eigentlich immer wieder sehr helle gar auch eine Außenverkleidung eigentlich alle lange So, jetzt wollte ich noch mal diese Tür anschauen, diese Tür ist eigentlich echt zu vater in dieser Farbe, hat jeder Doppeltür, nicht zu teuer. Einfach schwarz, nein, einfach schwarz, nein, ein Mensch, nicht zu teuer. So, dann muss ich aber die genauso natürlich machen. Gut, dann machen wir hier. Mal. Achso, ich würde ja doch im Vergleich zum Fenster geht das jetzt. So eine Soundmaschine bräuchte man halt nicht weiter. Jetzt wird hier drin schon sehr fad. Sehr leer. Eigentlich nicht fad. Mit dem Wort fad habe ich jetzt gerade irgendwie. Okay. So. 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 weiß das steht hier eigentlich alles zu eng, aber trotzdem bin ich ganz so jetzt. Ich bin zu nah. Ja, ich muss sagen, das ist schon mal ganz okay so. Der Raum ist nicht wirklich zu groß, ich bin immer noch ein bisschen leer, diese Wand, da kann man dann was nahhängen. Ich weiß noch mal, den Knopf kopiert man eigentlich. Natürlich auch die Möglichkeit mal nachschauen, mit welchem Knopf man kopiert. Ich bin immer durcheinander hier. Jetzt gleich. Ich glaube, ich ändere jedes Mal alle Fenster, weil ich die Farbe nicht mehr weiß. Egal. Ich bin immer noch mal. Der Briefträger tut mir sonst leid, wenn er jedes Mal hier neben die Dinge rennen muss. Aber so muss der Müllmann weiter fahren. Naja, einer hat. Der Müllmann kommt mit dem Auto. Beide kommen jetzt mit dem Auto. Naja. Aber so komme ich auf dem Heimweg am Briefkasten vorbei und auf dem Rausweg laufe da ums Eck rum. So ist es besser. Die Frage ist, sollte man die ganzen Fenster hier nicht eher ab und dann nicht in diesem... schwarz machen. Schwarz nicht so hart. Aber hier in diesem Braun. Ja. Sollte man... Oh Gott. Tatsächlich. Sollte man... Tut mir leid, alles nur raus. Ui und Schwarz. Ui und Schwarz. Aber da muss man dieológischen Spurzeln. jetzt haben die türe natürlich falsche umrahmung jetzt müsst ihr die türen halt doch dunkler machen der dunkle rahmen hier einfach ein bisschen besser das ist nicht nur gleich sehen das ist schnell jetzt Das ist halt ganz schwarz, warum ist das nicht einfach nur umgekehrt, dass der Rahmen schwarz ist? Das wäre halt gescheit gewesen. Das ist halt gescheit gewesen, was der profund ist. Jetzt aber jetzt brauchen wir noch das Dach, oh der Hinterpeller hat mir, naja der Schramme ist halt jetzt schon sehr schwarz, aber ich werde jetzt noch mal alles rausreißen. Irgendwann ist gut. So, ist natürlich ein sehr einsamer T-Shirt jetzt. Und hier ist alles leer, auch selbst das stellen wir jetzt da rüber, natürlich viel schicker ist hier, können wir sogar noch zwei hinstellen, aber ich habe vorher ein paar Fitnessgeräte noch aufgestellt und so, aber dann wird der Raum als größer gemacht, oder neuer Raum, ein Fitnessraum, das wird man dann sehen, aber jetzt kommt auch schon das Dach, naja hier sind die Rahmen halt auch schwarz, also alle Rahmen sind dunkel, da muss man die Türrahmen schon auch dunkel lassen, das ist dann hier schon korrekt. Jetzt machen wir jetzt das Dach drauf, oder machen Agila und ich jetzt noch das Dach drauf. Oh, erstmal noch eine Plattform. Eine Plattform. Eine Plattform. Für später. Nein, ich muss das Plattform tun. Der Keller. So, noch eine Frage spannend. Jetzt stimmt dir wieder das Dach. Ja, das ist doch nicht. Hab ich jetzt doch tatsächlich dieses Ding versetzt, oder? Aber so ist es doch halt mütig. Aber hinten ist auch nicht mütig. Aber hinten ist auch nicht mütig. Das ist eben nicht. Doch ich... Diese Tür ist nicht mütig hier. Ist das nicht mütig. So. Ist das nicht mütig? Ja. Ja. Das ist ja nicht mütig. Das Dach kriegt er auch nicht oben drüber dann, aber egal. Na super, wo ist denn jetzt an der Dach hin, wo ist denn das Dach hin, dann wird das neu gebaut, hier ist eine Tasche zu hoch, gell. Ach so, hier bin nachhaltig neben drin. Soll es ja eh? Bei dem Dach bin ich nicht einst drüber, das was nervt. Weil ich eigentlich zu weit vorne sitz, muss ich das ganze Gebäude nach hinten bewegen, glaube ich, das wird sogar gehen. Also sollte man ausprobieren außerhalb der Aufnahme. Das hier sieht nicht ganz mittig aus, aus diesem doofen Grund. Könnt ihr natürlich nicht. So sieht es mittig aus. Aber dann hast du kein Ding. So wäre es komplett mittig. Ne, auch nicht. Das alles drüber sein muss. So wäre es jetzt hier komplett mittig in alle Bereichen. Dann habe ich jetzt natürlich diesen Überstand. Später ist das kein Problem. Später gibt es hier einfach Terrassen. Aber im Moment ist das ja noch ein Problem. Da ist dieser Tag ja schlimmer Hochwasser gegeben. Ich bin in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen, aber jetzt auch in Oberbayern. Da muss man ja eigentlich auch immer aufpassen, dass das Wasser ablaufen kann. Hier läuft es ja eigentlich überall ab. Hier ist ja ganz auf. Deswegen ziehe ich das ja auch immer rein ins Gebäude, damit es hier kein Ding hat. Aber wenn ich jetzt hier so ein... Ich drehe jetzt mal eigentlich nochmal Bibeldächer. Dann habe ich hier immer ein Ding drin. Da habe ich immer einen kleinen Spalt drin. Wo läuft das Wasser rein hin? Es staut sich in dieser Mitte drin. Und das ist halt... Naja, es läuft nicht ab. Es klebt da drin. Dann kriege ich das eigentlich schlecht, was ich hier mache. das Wasser rein? Alles schön gut hier jetzt, naja nicht ganz, aber wie gesagt, es dauert hier dieses Wasser da drinnen und das vielleicht auch zu verätzen, so wie stehe ich jetzt hier eigentlich über, jetzt bin ich korrekt eigentlich, naja es ist ganz hübsch, außer es mich halt jetzt stört das Tier, da muss ich mir mal was überlegen, da muss ich mir dann mal was überlegen, wie ich das da mache, klar man könnte jetzt sagen, hier ist eine kleine Schräge drin und es läuft halt, es läuft halt in eine Richtung ab und läuft dann hier in die Regen drin rein, kannst du da machen, kannst du das sagen, macht man wahrscheinlich auch so oder nicht, ich weiß nicht, es läuft ja auf jeden Fall in eine Richtung ab, in eine Richtung ab, aus ist ja ok so jetzt, ich denke mal, das ist anschaubar, außer das testen wir wieder nicht, wenn es nütig ist und ich glaube es nur eins setzen muss. so jetzt hat man genau diesen Dinger in der Mitte drin, jetzt sind wir da noch eins zu hoch, ich habe ja immer noch raus gefunden, wie ich die Kamera anders schalte, falls es überhaupt geht, aber dann sind wir eigentlich fertig, ich weiß, ich weiß, hier ist arg leer, aber gut. Max Heo spielt die Sims 4.